So, hey Leute, willkommen zu einem neuen Server-Troll, der an den letzten angegliedert ist. Und zwar ging es ja letztes Mal so aus, dass sie mich fast enttarnt haben. Danach bin ich nochmal mit Ascalter raufgegangen und hab gesagt, hey, was denn hier passiert? Und sie so, oh, da war ein Hacker! So nach dem Motto, dass sie dann nicht mehr dachten, dass ich es war. Ich konnte also den Verdacht von mir lenken. Und sie glauben jetzt, es war ein Hacker. Ich hab ihn jetzt aufgetragen. Sie soll mal die Augen... Ähm, sie soll mal die Augen aufhalten und mal schauen, ob er nochmal joint. Ja, und jetzt ist es soweit. Jetzt bin ich der Hacker, bin wieder da, der elfjährige kleine Hacker. Und da will ich mal schauen, wie er jetzt reagieren wird, beziehungsweise sie. Also, ich werde mich mal entmutern. Hallo. Hallo. Ja, ich weiß, du darfst dir von der Skater ausrichten, dass, ähm... So, äh... Das hat deine IP-Kent und so. Was? Dass du halt bald gebannt wirst. Hallo. Wieso das denn? Was machst du? Wie, wie hat er das denn herausgefunden? Er hat's gemerkt, er hat's gesehen. Hast du ihn jetzt gepetzt oder was? Na, die anderen haben's auch gesehen. Also kamen, haben sich alle gesagt. Boah, du bist so eine Pätze. Hallo. Da macht das vor allem, das war nur ein bisschen Spaß. Das war ja nicht ernst. Ich hab nix gesagt. Und du patsst gleich. Nix gemacht. Hallo. Oh. So, wo ist dein Haus? Ich spreng das gleich wieder mit TNT, wenn du... Oh, so ne... Ich... Patsy. Was ist passiert? Wie heißt du in Minecraft, der da gejoint ist? Pascal. Sag nix, sag nix, sag nix. So, Pascal. Wieso? Wieso hätte er nichts sagen sollen? Wieso hätte er nichts sagen sollen? Weil er sein Haus... Du sein Haus auch in die Luft gejagt hättest. So ist es, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Pascal? Ja? Ähm... Der andere da, dieser Nono ist ein Hacker. Es ist nur ein Junge. Okay. Du musst auch passen vor ihm. Der hat mir grad Diamanten gecheatet. Der hat mir grad Diamanten gecheatet. In der PFO, die Heine? Ich würde nichts mit ihm machen. Ich hasse es, wenn die Team auf mich geht. Ich hasse es auch, wenn da so ne Hacker sind, wie dieser Nono. Der musst du echt aufpassen. Der muss gebannt werden. Schreib Pascal bei YouTube eine Nachricht, dass er gebannt werden soll. Okay? Machst du das, Pascal? Ja. Okay, gut. Ich schreib jetzt... Tja, Nono? Ja, ist mir egal. Ich hab damit... Ich schreib allen, dass du gebannt wirst. Und dann denken alle, dass du der Hacker bist. Was hast du gerade? Nono? Was ist los? Was wissen jetzt? Sonst denkt, dass du der Hacker bist oder was? Du weißt, dass ich mir in Sachen schicken kann, dass dein Haus jederzeit in die Luft sprengen kann. Ja, und dass jederzeit so ist kalt. Hä? Was denn passiert? Das glaube ich aber nicht, dass er dir hilft. Oh, doch. Was ist denn passiert? Ja, es ist unser kleiner Hacker. Nono hat gehackt und will mir jetzt... Jetzt will ich mich rechnen dafür. Ich war Diamanten, also doch noch nichts. Oder Fleisch. Aber müssen... Bei den Warps. Doch, da hat er gehackt. Diese Nono. Das ist mein Hacker zerstört. Nono? Ich hab mein Aufnahmesystem, das weißt du, ne? Ich hab aufgenommen. Hahaha, als Fan. Das sagen sie alle. Ich hab'n Kumpel und der, 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 der arbeitet bei Hollywood und der kann das so machen, dass du der Faker bist und dann alle denken, dass du es bist, weil der kennt sich damit aus und kann dann alles machen, sodass du als Hacker dastehst. Wie heißt du grad... Äh, wie heißt du in Minecraft, der, der grad redet? Ich? Ja. Wieso? Ja, weil ich bin in PvP1 und dann können wir vielleicht Team machen. Ich bin DS-Geist. Und mein alter Account wurde gebannt, weil, ähm, Nono mich verpetzt hat, weil ich mal einen Spaß gemacht hab, wobei Nono auch gehackt hat. Ich hab'n gehackt. Natürlich hast du gehackt. Na, Strafe wäre ich jetzt auch dafür dein Haus in die Luft jagen. Kennt ihr jemand das Spiel, Daisy? Du hast zehn Sekunden Zeit, alle Sachen aus deiner Kiste zu entfernen, bevor ich alles mit TNT hochjage. Zehn Sekunden. Hör auf, bitte, bitte, hör auf. Zehn Sekunden, hab ich gesagt. Ich zähle. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Ey, das war so mies. Drei. Zwei. Eins. Oder wir machen das so, Nono. Ich mach' dir ein letztes Angebot. Du sagst, hörst kalter, dass nichts gewesen ist und dass du ihn nur verarscht hast und dass ich nie gehackt hab und ich lass dafür dein Haus in Ruhe. Was hältst du davon? Boah, ein Hacker. Wenn sie das Hacker fahren wollen. Wie bitte? Das wird eh nicht klappen. Ich kenn' einen Hacker. Wie bitte? Der Erstgeist, kannst du bitte auffangen, mich zu killen? Nö. Guck mal, da hast du das Feuerzeug. Nono, du kannst es jetzt selber in die Luft jagen oder ich jage es gleich hoch. Ich geb' dir die Wahl. Beziehungsweise du hast die Wahl jetzt. TNT ist schon in deinem Haus, du brauchst es nur noch hochjagen. Alle gehen auch mit. Pascal, ich hab' das so eingestellt, dass alle auf dich gehen. Das ist ein Hack. Wenn du nicht, ja, wenn du das nicht willst, dann musst du, musst du das Kälte sofort schreiben. Oder musst du was singen. Dann geh' das weg. Hä? Du musst schnell singen, damit sie dich nicht mehr angreifen. Sing' irgendwas schnell. Irgendwas summen. Weiter. Schnell, hör, hör nicht auf, hör nicht auf, sonst greifen sie dich noch mehr an. Du hast nicht laut genug gesungen, du hast viel zu wenig gesungen. Keine Ahnung. Summen, ein Mozart-Lied, irgendein klassisches Lied. Ich kann da keine klassischen. Summen, irgendwas, was dir einfällt. Dann kriegst du eine Diamantrüstung, das ist so ein Sheet. Mach weiter. Funktioniert es? Nein. Die gehen alle auf nicht, das ist voll gemein. Das kommt, weil du nicht weit, die anderen singen halt mehr. Jemi. So mehr du singst, desto mehr Diamantssachen kriegst du. Das habe ich mal herausgefunden. Hat es geklappt? Ja. Hat es geklappt? Ja. Schnell sing weiter, dann kriegst du noch mehr Sachen. Aber mein Inventar ist voll. Jetzt ist es leer. Dann sing schnell. Es ist weg. Rap. Irgendwas schnell. Irgendein Rap, der dir einfällt. Dann kriegst du vorher irgendwelche Feuersachen. ich war heute in der schule und da war ich heute füchst halt lief mir weiter weiß ich nicht denn das ist so kacke pascal jetzt musst du ein lied singen darüber dass wie heißt er noch mal dass mc nono ein hacker ist mc nono ist ein hacker der hat nichts drauf erheckt nur weiter ist so behindert alter was will er hier hacker ist eine scheiße und zum schluss muss so ein lied über das kalter singen das kann ist cool mit seinen dinosaurus projekt doch letztens hat er sich versteckt er ist nicht mehr so oft auf dem server drauf denn er hat leider keine zeit das macht mich traurig und jetzt weißt du wie ich in pvp kämpfe genauso mache ich das immer genau ja das ist mein tipp für dich aber ich muss jetzt auch leider weg ich hoffe diese tipps helfen dir mach's gut und tschüssi so das war's dann auch mit diesem troll und ich fand's wieder mega episch besonders mit dem jungen der gesungen hat an den noch mal einen großen applaus einen großen applaus an pascal der so schön gesungen hat um in pvp zu gewinnen das hat sich jetzt mal ganz spontan ergeben eigentlich wollte ich weiter mit mr nono rumhampeln aber dann kam pascal und ich fand es einfach genial ja und dann will ich mal eure meinung dazu führen wie ihr das ganze so fandet also wie gesagt ich fand's echt klasse es hat mega spaß gemacht wenn ihr noch vorschläge habt zum trolle dann ab in die kommentare ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel spaß macht gut bis zum nächsten mal wenn euch das gefallen hat dann lasst einen daumen nach oben da wenn ihr mich noch nicht abonniert hat dann lasst ein abo damit ihr nichts verpasst und sonst macht's gut und bis zum nächsten mal